hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem kleinen kanal heute zeige ich euch ein DIY für die küche wie ihr seht habe ich euch hier meinen hängeschrank mal aufgemacht und ihr seht oben ist einfach leerer raum meine gläser sind nicht stapelbar das heißt ich muss jedes glas einfach so auf die untere regalfläche stellen und oben ist leerer platz deswegen habe ich mir folgendes überlegt das seht ihr hier unten ich habe ein kleines tischchen gebaut einfach ein holzbrett vier kleine tischbeinchen sozusagen gebaut filz hat er unten drunter getan und fertig ist mein tischchen für meinen hängeschrank der grund warum ich kein regalbrett noch mal rein gemacht habe ist ich kann das tischchen einfach so rausnehmen beliebig woanders rein tun sollte ich mal meine küche neu organisieren ich wünsche viel spaß und nachbasteln materialien wie immer unten in der beschreibung habt noch einen schönen tag